Dankeschön Jungs übrigens, dass es so kurzfristig geklappt hat, dass wir jetzt schon um 20 Uhr loslegen. Klar. Alles an der Sache, dass Geld ist. Bezahlung kommt jetzt später. Das ist bei der Kohle hier. Machen wir uns 10% mehr. Ihr seid doch nicht live, oder? Der war gut, ey, der war gut. Ja, Modo des Wut am Start mit einer weiteren Folge zu Overwatch. So, ihr könnt es schon sehen, wir haben nämlich in der vergangenen Woche unsere Placement-Matches für den 6 gegen 6 Eliminierungsmodus absolviert. Und gemeinsam mit dem Nephias, Gorg, Bronxbeards, Sascha aka Highskill Heroes als auch Darlucard sind wir also ins Rennen gegangen und haben uns den Spielmodus mal angeguckt und haben dann auch dementsprechend unsere 10 Placement-Matches absolviert. Ich bin sehr gespannt, was ihr gesagt habt. Ich habe so ein bisschen die besten und die coolsten Szenen zusammengeschnitten und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Ich denke mal, sowas wird es in der Zukunft des Öfteren geben, wenn wir da irgendwie so eine coolen Sachen am Start haben. Der Spielmodus wurde ja relativ plötzlich sogar implementiert. Ich glaube, damit hat auch niemand so richtig gerechnet, von heute auf morgen ohne Ankündigung, als auch nicht an ein Event gebunden. Da waren wir schon alle ziemlich überrascht. Der Spielmodus ist meiner Meinung nach eine ziemlich angenehme Alternative, wenn es mal im Rank-Mode, also im Normalen, gar nicht so gut läuft oder man einfach ein bisschen Abwechslung haben möchte. Und vielleicht sogar so ein kleines bisschen den Nervenkitzel sucht, denn den habt ihr meiner Meinung nach in einigen Momenten genau bei diesem Spielmodus. Aber ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den 6 gegen 6 Eliminierungsmodus überhaupt spielt. Und wenn ihr das Video gesehen habt, ob es euch eventuell in eurer Meinung denn doch nochmal ein kleines bisschen verändert bzw. umgestimmt hat. Da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, wünsche euch jetzt aber viel Spaß beim Video. Wir sehen uns dann die Tage wieder zu dem nächsten News-Video. Ja, es ist perfekt hier, es ist perfekt hier. Geil, mit dem Portal wird es sick. Der ist fast down. Komm, stehe hinter dir. Doppelkill, Lada. Wall, wall, wall. Ah, hatte sie nicht mehr, ne? Und haut. Links, sie ist links. Sie kommt links. Ist raus schon. Links, links, hinterm Schlein. Lett, 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 lett. Nice. Was solltest du so machen, sie hatte keine Chance. Ja, hatte sie auch nicht. Fuck. Oh, hinter uns. Hattest du auf der Luz? Anna, 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 Anna. Sleeper. Anna, down. Leider, slow, Leider, slow. Oh, die Farrah muss sterben, Jungs. Die Farrah muss sterben. Wir haben auch einen Hansuch. Schöne, schöner thrill da, Du. Brauchst du einen Hansu oben? Bin da, bin da, bin da. Hans, sag mal, gleich. Ich habe gleich Old. Könnt ihr die Farrah holen? Schöööön, das ist unsere Runde. Stark. Ich verliere meinen Mac. Ja, ich bin da, bin da, bin ich hin. Da, ich halte dich. Dieser Cloud of Mac. Rogen, dann hinter uns winzen. Hier vorne bei mir Nice, schön Oh, wir haben das, wir haben das Oben ist Hanso, ist Max Ja, ich glaube, Sascha's Katze hat seine Wohnung abgerissen Ach, was hat er gesagt? Moment, er hat als ob gesagt Irgendwas ist zusammengekracht und er ist weggegangen Lie Ja, so circa Nein Aber so sind die Katzen manchmal, ne? Arschlöcher Ja, stell mal ein Glas auf die Tischkante Was macht die Katze? Guckt dich an und schiebt es runter Ja Erkennt ihr nix Sie schaut ihr dabei in die Augen Ja, tut sie echt so, na, was willst du tun? Oh, ich bin gehookt Nice Die rushen natürlich nicht Wie war es an? Diva ist an Ja, schön Hier ist ne Moira Bei mir sind Moira und Genji und Rotog Nice Rotog down Tracer lebt noch Na ja Ist jetzt wieder bei mir? Vor mir, vor mir low Nice, haben wir Hier ist Moira Ne, ne, ne Jetzt gibt's noch eine Moira Woop, woop Alter, hau direkt rein, ey Gut gemacht, ey Gut gemacht Oh, ist das ein geiler Held, ey Ohne Scheiß Ey, wir können in mir Ey, 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 ey Was ist denn da heute los? Schieß auf, weiß nicht Er hat was von seinem Energy Drink geschlürft oder so? Sascha, du musst schnell picken Sascha, pick Sascha Nein Müssen die hier stehen bleiben, ne? Wollen wir am Spawn stehen bleiben? Lass sie in Spawn stehen bleiben Ja, ich schieb ihn weg Schade Ey, ich würde sagen, äh Die Katze hat das Game gewonnen Die Katze Aber Moment, der hat keine von euch Heilung gewählt Ich hab mal bedacht, du fährst das doch in den Griff Erst von dir da los, Widow Hast Niel? Geht's noch ein Ducio? Oh, leu Wo ist die Widow? Hab sie Geht Ich hatte sie gerade ge- Mein Kill Wo ist Lucio? What? Oh, oh, leu Nein, 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 das Tornos LOL Ich wusste nicht, wann das noch drauf stehen Du musst ins Gegenlaufen LOL LOL Er kann erst mal der Klippen Hole Shit Ich hab Genji Wir müssen aus den Rollen hier raus Anso ist Low Ja, aber was auf Rotor kann linken Ja Ja, wir haben so ein Refrag Und jetzt drei gegen einen Er kann ja nicht alle anlassen Okay, Ende ist alles Nice Schöne Richtig schön Briegel Briegel Ja, rechts lang Boah, sieht so gut aus der Goldenen Schild Ey Boah Passt ja mega Winston ist oben auf dem Dach Distanz Diva auch Komm holen wir uns Du, Fist von hinten Winston Winston hat mich geholt Der kommt von hinten Aber ihr habt Vorteil Zwei gegen fünf Ah, locker Kann mal lockerer Jetzt noch Diva Top 500 incoming Jawah Ne, ne, ich komm wieder zurück Der Hanzo, äh, der Genji ist immer noch rechts von uns Leute Oben drauf Hanzo ist auch rechts von uns und schießt mit Pfeilen Der Hanzo steht relativ offen Ich heil kurz die, die hier hin Achso, shit, das Junkrat down Schönes Ding Hanzo jetzt machen Hanzo steht genau vor mir Hab ihn Nice, das Ding Yes Geile Runde, Mann Der will heilen, der ist aber low Gorg Mercy down, mercy down Noch einer down und jetzt den Besten down 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 GG Ja toll Hi Leute So läuft das Oben lang, ja Oben lang, direkt durch Ja Iva ist hier Genji von links Ist runter gesprungen Ich charge jetzt rein, so wie die Ich hab einen Ich hab, ich hab Brigitte Hinter uns Genji Die haben noch ne Mercy Diva out of mech Die läuft raus Nice So Nice Jetzt ist nur noch Genji da Nice Hol Diva Diva out of mech Nice Sind alle squishy's, die können nix machen, wenn wir jetzt alle reinhalten Ich bin down Soldier noch Soldier ist hinter der Säule in der Mitte Nice Äh, Ana noch Oh nein Schön gemacht Schön gemacht Teilt euch nicht zu auf wegen dem Genji Der ist hier bei uns am Sporn Ok, bin aufm Weg Schööööön Ja Doomfist sind wieder auf dem Weg Nicht aufteilen, nicht aufteilen Leute Okay, geht in den Raum, aber bleibt zusammen Ja Oh, das ist ein Doomfist schon Ne, der ist schon wieder weg Geh nicht zu weit raus, der kommt zurück Ja Ja, das ist Der ist super low Nice Schön Er hat auch nicht viel abgegert Komm, Reinhard, Reinhard, komm Gönn dir Au, druff da Oh meiner low Er wohnt weg Er wohnt weg Ja Oh ja Äh, Mecklemore ist noch neben Hinten hinter uns Mecklemore 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 möchte er genannt werden Da besteht er drauf Ja Das war doch Oh nein Nein Oh, du bist so low Nice Roadog low Nein Nein Es tut mir leid, Alter Was wollte ich damit sagen Weil als Zomba kannst du ja hier keine Medikids hacken Ah, ich wurde gesleebt Ja, ich bin auf dir drauf Ich muss grad auf Souljaxi Steps umgebracht Okay Geh kurz Oh, ich Ist okay, ich bin voll Da rechts Da rechts Zwei sind low in der Mitte Nice Komm Gork, du hast das Anna's low Anna haben wir Schönes Ding Gork Ich hab Diva gezogen Äh, Münze springt sich rein Ja, die sind auf mir drauf Diva's gehackt Diva's gehackt Ich hab keine Heilung mehr Ja, okay Junkert ist links Diva mega low Oh, ich bin down, fuck Koordiniert euch, koordiniert euch Junkert ist low Und Diva auch Kommt Hut sie aus dem Mechhaus Holt sie euch direkt wegholen Direkt wegholen Junkert ist hier am spawnen Diva ist oben Schön Yes GG Geil, man Ich renne mit 2-9 Aber ich guck nicht auf den Chat Wie kommt Ticket das für den Sieg? Woah What? Alter, ich hab 40 Punkte für den Sieg gemacht Ja, nice 2-9 2-9 2-5 Ich bin fast genauso wie mein richtiger Ranker Also Das sind's 58 auf der Chat bei mir Woah Mh, Saschas Ja, um 40 Euro oder 58 ist für Sascha Ja Ja, hör mal, ey Alles nur rein YouTuber-Richtung, ey YouTuber-Richtung Also zum Smuggler, ey, kann ich Fortnite mitspielen? Ja, aber er ist cool, ey Der, der immer fragt, muss zahlen, ja? Gericht